Ich bin Paulus von Tarsus und römische Bürger. Er redet schlecht über den Tempel. Offensichtlich hast du diesen Aufruhr angezettelt und deshalb verhafte ich dich wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Die Gefangenen sind bereit für die Einstiffung nach Rom. Jesus sagte mir, ich muss in Rom Zeugnis ablehnen. Und genau das werde ich tun. Wenn wir weiter segeln, wir kommen, wir Problemen. Hätet ihr doch auf mich gehört und Kreta nicht verlassen? Hört her! Jeder, der schwimmen kann, springt ins Wasser und versucht, die Insel zu erreichen. Superbu. Aufgeben gibt's nicht. Paulus im Sturm. Aufgeben gibt's nicht. Paulus im Sturm.